Für Frieden und Völkerfreundschaft, seid bereit! Immer bereit! Tanzen, Kinder! Tanzen! Auf die Freiheit, ihr Völker! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute. Den Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Ich bin's jetzt völlig cool. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr gespielt? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Und ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange Persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten hier alle zusammen, dann können die uns nix. Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versorgen. Der Teufel weiß, wo die Seeschicht schon aufhört. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Verdammt doch mal! Wir waren die Rädelsführer. Mit uns gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Wir haben dich verraten, du Schein! Ich! Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich! Oh! Ich! cuz den Monik lieben!